Wie sie ihm Paroli geboten haben vor Gott und der ganzen Welt. Das war... wow! Sie wollten mir damit etwas sagen. Und ich weiß, dass Sie wussten, ich würde zuhören. Deswegen könnte ich Sie nicht irgendwo versauern lassen. Es wäre zu schade um Ihr Talent gewesen. Aber wenn ich Ihnen einen Vorschlag machen dürfte, Sie sollten nicht einfach losziehen und den Kerl töten. Sie sollten, wenn Sie erlauben, sein Vermächtnis zum Ziel haben. Das sollten Sie zerstören. Sie und ich sind uns sehr ähnlich in vielerlei Hinsicht. Der einzige Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, dass ich auf Mittel zurückgreifen kann. Ich denke, wenn Sie erlauben, dass Sie auf meine Mittel angewiesen sind. Auf jemanden, der Sie unterstützt. Quasi als Mäzen. Und dieser jemand wäre ich gern. Wenn Sie mich überraschen, dann beinahe mich. Es ist besser, als in Ihrem Leben zu leben. Okay, ich kann einen Übersetzer kommen lassen, wenn Sie mich nicht richtig verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie das, was ich sage, auch verstanden haben. Sehr gut, Mann. Sehr gut, Mann. Sehr gut, Mann. Hey! Hä? Hey. Ja? Ich will meinen Vogel. Ihr... Ein Vogel. Sie... Sie wollen einen Vogel? Ich will meinen Vogel. Ich hole Ihnen einen Vogel. Ich hole Ihnen zehn Vogel. Ich will meinen Vogel. Bitte, okay. Nichts ist unmöglich.